Zeit für eine Wohnungsrenovierung. Alter bei mir unten. Zero. Ich hab'n Alter vater. Gut, wichtig ist, wo ist denn der rein? Holst du? Die sind unterm Heu. Er hebt dich auf. Toad. Scheiße. Ich wollt'n noch wegruppen, aber... Ja. Stadik, kurze Treppe hast du jetzt? Ja, hab' ich. Großer Turm ist jetzt der Monty rauf. Vordere Treppe hab' ich im Blick. Okay, da geh' ich jetzt mal runter. Gut, wichtiges Ding. Unten ist niemand, Michel. Äh, Addict. Na ja, schießen auf mich. Addict sind sie schon da. Monty war der eine, ne? Und der andere, die sind bestimmt zu zwei dann zusammen. Sind sie schon drin im Addict? Schade, weißt du das? Ja. Hinten ist nix, Michel, also... Aber hier ist irgendwo ein Nomad Charge. Ja, ich hör's. Ich denke, ich seh' sie an der Treppe beim Aufgang. Ich hoffe, ich mach' einfach Druck. Die eine Nomad hab' ich schon mal weggemacht. Pass auf, ich probier' was. Der kommt runter, Monty kommt runter. Der läuft jetzt richtig... Ich ping' mal an, wo er ist. Hier ist er. Der hat die Pistole jetzt raus. Ja, ich hör's. Geht er wieder hoch? Nee, der ist... Er liegt auf jeden Fall nicht. Starti? Komm' zu mir. Kurze Treppe. Jetzt der Monty. Ich komm' auch. Ja, ich bin tot. Haben mich ausgedrohnt gehabt. Der eine ist jetzt im Kinderschlafzimmer. Ich hab'n. Ha! Und der andere ist Kapkan-Falle. Die Kapkan-Falle. Ganz easy-dweeasy-Spiel, hey. Oh, das war ein geiler Sieg. Der hat die Kapkan-Falle noch weggeschossen, der Monty gerade. Geil. Saugeil, echt. Der hinten durch die Küche grant bis zu dem Ding. Alter, das gibt's ja gar nicht. Stark. Ganz wichtig, dass wir nochmal gespielt haben. Mein Nervs.